Wir sind hier in der Glockenbergkurve, eine ganz scharfe Kurve, die verbindet Goslar mit dem Oberharz, den Teilen hauptsächlich mal Klaustal, da hinten kommt erst das Kreuzeck, es geht aber auch rechts ab nach Harnklee und Lautenthal und wir wollen euch jetzt mal zeigen, wie es unserem Harz jetzt geht. Eigentlich wollten wir da hinten rein, da ist jetzt aber ein Tilt aufgestellt worden, das habe ich vorher noch nicht gesehen, das ist jetzt gesperrt für Motorfahrzeuge und es ist ein Forstschutzgebiet, allerdings wird das gerade alles gefällt. Oder Naturschutzgebiet. Ich weiß gar nicht, wie man die Natur schützen will, insofern man sie abholzt. Kranke Bäume habe ich ja noch Verständnis für, wie die da vorne. Was ist er? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Diese hellen Streifen, die ihr da auf dem Dach seht. Man sieht das vielleicht auf dem Film nicht so richtig, das sind alles Baumstämme. Das war alles Wald, dicht bewaldet. Wenn wir hier runterfuhren, als Kind oder als Kinder, dann kamen zum Teil so kleine Wölkchen mitten aus den Fichten heraus und hielten sich so über dem Wald. Und meine Mutter sagte immer, guck mal, guck mal, die Hexen kochen. Das ist jetzt ziemlich gegessen. Ja, da ist viel kaputt. Der Klimawandel. Aber es werden nicht nur die Krankenbäume geholt. Und sie zeigt uns jetzt mehr. Und die Mutter, Lucy, zeig's uns. Ja, da ist viel kaputt. Ja, da ist viel kaputt. Bollrich. Bollrich. Bollrich? Du kannst du nicht. Bollrich. 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 Heute mal mit Wölkchen am Himmel. Das ist ja auch schön anzuschauen. Auch das da hinten, das angebliche Naturschutzgebiet, was gerade abgeholzt wird. Das würde ich auch sehr gerne auf dem Film haben. Neu erklärtes Naturschutzgebiet. In der Zeit gucken wir mal hier runter. Hier war alles voll mit Bäumen. Dicht bewachsener Harzwald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hier müsste alles wieder angepflanzt werden und zwar Islands. Aber das kostet ja Geld. Wobei der Verkauf des Häuses Geld bringt. Ich höre Lucy. Fliegst du noch zur Ziegelei? Da hinten wo wir eben hinwollten. Ich habe da hinten schon rüber, aber ich habe Störungen. Es ist ziemlich windig. Da, da kommt Lucy. 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 Dann sind Sie auf der Straße. Hupi! Gut gemacht, Herr Tobacco! Gut gemacht, Rufi! Untertitelung des ZDF, 2020